Ich heiße Fatima. Ich komme aus Syrien. Ich bin Ronja. Ich bin hier in Berlin-Parko geboren. Jetzt sind wir für so eine Freundschaft. Vielleicht ein Jahr. Vielleicht gar nicht. Nein. Acht Monate ungefähr. Okay, stimmt. Anna Mohajira. Ich bin Migrantin. I'm a migrant. Dass Leute aus verschiedenen Ländern hier sind. Sie kommen doch aus Schweden, oder? Sie kommen aus Brasilien. Ich bin Migrantin. Ich bin Migrantin. Ich bin Migrantin. Ich bin Migrantin. Ich bin Migrantin.